Gefallen, doch leicht gelandet, stehen wir nun nach dem Kampf gegen den gar übermächtigen Airbuster, senkrecht hier im Altarraum, zu Beginn von Kapitel 8, dem Wiedersehen mit dieser grazilen Dame dort vorne, die wir frevelhafterweise nun viel zu lange haben warten lassen, doch jetzt geht es wieder in die Rolle von unserem Helden Claude Strife, der sich nun nach vorne bewegt, und in diesem Sinne sag ich einfach mal Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Realm of Fantasy 7, dem Remake, genau, hier hat die letzte Folge ihr Ende gefunden und wir sind ja hier gelandet in diesem schönen Feld voller weißer und gelber Lilien, Die hat zugleich ein Symbol für Liebe, Zuneigung, Warmherzigkeit, für inbrünstige Zuneigung einer geliebten Person gegenüber, oder auch ich glaube für Reinheit, beziehungsweise die Wiedergeburt einer Seele in der Unschuld, irgendwie so in der Art ist glaube ich das Symbol der Lilie, was ja auch bei Beerdigung oft verwendet wird, oder? Ich glaube so in der Art, jedenfalls spielt das jetzt keine große Rolle, die Symbolik herauszudeuten, was wichtiger ist, ist jetzt der Druck auf die Dreiecktaste und dem guten Hallo, Iris. Wie ist das? Es ist gut, oder? Was ist das? Ich habe mich gewohnt. Ich bitte einen Bodyguard. Oh, das ist gut. Aber es ist nicht günstig. Dann... Einmal ein Date. Hä? Ich glaube, das ist wirklich so. Man kann ja Klasse First Haha, ich bin immer noch ein Fuerst! Du bist! O花, nicht mehr! Das ist doch... Jetzt macht ihr mich aber gehörig böse Die geplante romantische Zweisamkeit Wird hier einfach durchbrochen Von dem Rothaargerigen Rüpel mit der rauen Zunge Das kann man nicht zulassen Deshalb holen wir die Zauberei raus Und ich sag einfach mal Blitzra Auf den Elitegardisten Und dann während er da niederfällt Ein Schwertsturm Auf den Angreifer hier Direkt vor unserem Schwerte So Das war's schon Wo bist du? Da oben, hockt er Und die Verstärkung kommt zugleich Na komm Schießt ruhig auf mich Und dann Könnt ihr gleich mal Die Trastflügel hier einheimsen Alles klar Erst noch wollen wir ihn hier Erledigen Und dann Schicken wir ihn gleich hinterher Na Jetzt aber Komm runter Rino Dann machen wir mal ernst Das geht ja schon feurig her Und er ist verdammt nochmal schnell Dann heile ich erst einmal noch kurz Zu Beginn des Kampfes Und versuche ihn dann mal mit Magie einzuheizen Ein gehöriger Blitzschlag Nicht so viel gebracht Wie ich erhofft hatte Wir müssen besser ausweichen Lernen hier in dem Kampf Glaube ich Elektromagnetschuss Okay damit kann er uns Kurzzeitig auslocken Komm schon Genau wir müssen ihn aus der Reserve locken Aber vorher will ich noch mal wissen Mit wem haben wir es hier zu tun Ein Mitglied der Turks Einer Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten Wendig und schnell auf den Beinen Greift er mit seinem speziellen von Shinra Gefertigten Schlagstock im Nahkampf An Magieattacken und Blitzelementare Attacken füllen seine Schockleiste Nur langsam Gut das zu wissen Das heißt wir müssen Auf die Physische Offensive setzen Und ihm so einfach Ein wenig Schaden zufügen Er hat auch nur 6079 Energie Das dürfte doch gehen Okay Da ist er wieder Da können wir aber kaum was machen Was aber sinnvoll wäre Wenn ihm jetzt hier Richtig schön Ein paar Rücken Hiebe zu geben Schön mit der Reitgehrte Einmal über den Rücken gestrichen Und dann Wie drauf und drauf Und da läuft er durch die Blumen Dumm ist Keil Komm her Und dann Schauen wir mal Ob wir so vorankommen Gleich haben wir ihn aber Ne Ich dachte ich könnte Dem Entkommen Durch eine gewandte Rolle Aber das Hat nicht funktioniert Aber gleich können wir Unser Limit Angriff Starten Komm her Jawohl Jetzt Hör ich dich Mistkerl Unfassbar flink Komm noch Noch ein Schlag Jetzt hab ich es geschafft Jetzt komm schon Wenn ich dich gleich Auf dem Boden hier Hab mein Freundchen Dann kommt mein Limit Angesetzt Immer eine Sekunde zu spät Mit meinen Angriffen Jetzt aber Ganz klar Gleich haben wir ihn Da kommt man kaum raus Ah wie gesagt Rino Ein paar Hiebe noch Ein paar vereinzelte Hiebe noch Dann liegst du Dann liegst du Mal gucken Ob wir es beschleunigen können Aber ich glaub Das müssen wir gar nicht Denn so langsam Tasten wir uns voran Und er ist im Schock Und wir können Einen Kreuzschlag anwenden Alles klar Perfekt Aber noch ist er nicht gefallen Ich hab mir schon gedacht Dass er noch einen Aas im Ärmel hat Wir wollen uns aber nicht ablenken lassen Von seinen Komischen Taschenspielern Tricks Denn womöglich Schaden sie ihm auch Zumindest ist meine Hoffnung Mal gucken Mal gucken was er zu einem Schwertsturm sagt Nicht viel Sehe ich gerade Boah wir müssen hier raus Ein wenig Heilung kann ich mir noch verschaffen Wir beseitigen seine Schottmine Um freie Bahn zu haben Meine Fresse Die Ausdauer ist wirklich Nicht vor schlechten Eltern Die er hier an den Tag legt Ein würdiger Gegner Auf alle Fälle Aber wir haben den Airbuster gesiegt Dann werden wir mit dem Erst recht hier Fertig Alles klar Sorry Iris Aber ich glaub wir müssen gleich doch auf die Blumen treten Ich nehm mal nen Supertrank Abwehren können wir das auch nicht Dann kontern wir mit nem Angriff Jetzt müssen wir aufpassen Komm schon Ja alles klar Keine Chance in der Hinsicht Ich krieg hier nicht Zu wenig Openings bietet er mir Jetzt aber komm her Alles klar Jetzt aber Oh ja Perfekt Das hat gesessen Und wenn ich ihn einmal hab Darf ich gar nicht erst aufhören Dann muss ich ihn zielstrebig anvisieren Das werde ich auch tun Das wäre die Gelegenheit gewesen Aber er war zu fix Wieder mal Es wäre mal ein Schritt voraus Man merkt ja schon Ja Meinen Angriffen können das oder so ausweichen Okay Geblockt Und dann Sind wir wieder soweit Aber gleich Wenn wir ihn noch einmal in den Schock Zustand gebracht haben Dann dürfen wir dominieren Ich weiß Ich versuche hier meinen Schlechten Spielstil Irgendwie gut zu reden Ich hoffe es funktioniert Partiell Ah jetzt haben wir ihn Wie gesagt Seine eigenen Waffen Können wir auch gegen ihn wenden Na kann man es schaffen Ach ne Die Reichweite Hat da nicht Wirklich Für uns gesprochen Aber gleich können wir unseren Limit nochmal entfesseln Perfekt Das heißt wir müssen ihn noch einmal Aufs Baguette legen Und dann Ist es soweit Ich heile mich sicherheitshalber nochmal Das wäre sonst zu gefährlich Gleich müsste er aber wirklich Mal das zeitliche segnen Ähm Den kann man mit Sicherheit sehr viel Äh eleganter Schaffen Den Kampf Gleich haben wir es Gleich haben wir es Wieder Jawohl Und jetzt Bist du fertig Freundchen Und jetzt Er ist Aufsagrschender Und jetzt Und jetzt Um Du hast Und jetzt Und jetzt Du hast Du hast Du hast Entschuldigung! Gut, dann gehst du sofort! Die Leute... Ich bin nicht entfällig. Hey! Entschuldigung! Los geht's! Jetzt ergreifen wir schnell die Flucht, aber sie scheint zu wissen, wo wir langen müssen. Moment, ich komme gleich. Ich will doch nur einmal noch mal kurz hier alle Fugen checken. Ob wir denn nicht doch noch irgendetwas mitnehmen können. Hoch und runter können wir nicht, oder? Ja, kommen wir aber, komm. Glaub. Die Not schickt uns nach vorne hin. Wie wollen wir dort hoch? Pass bloß auf. Scheinbar hat sie da ihren Schutzengel in Form dieser Geister gefunden. Auch nicht schlecht. Und zieht es ihr oben hin? Ja, genau. Alles klar. Folgt die Meier. Okay. Woher ist es? Da ist es! Wo ist denn? Hey, ich lege! Ah! Ah! Da-da-da-da! Hey! Du bist okay? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin nicht so. Du hast doch geschmelt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was ist? Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Aber... Wenn wir das... Okay, wir haben einen Plan offensichtlich. Und wir müssen unsere Freundin retten. Was ist denn? Ich bin nicht in der Nähe! Wie kann ich mich denn dorthin... nun bringen? Ach, ich muss hier... Anilotten entlang, alles klar. Da vorne! Gott sei Dank, warten Sie auf mich! Jetzt! Gehen Sie! Der Weg ist frei! Jetzt müssen wir nur noch wieder zurückkommen. Kann man den auch noch... Runtersausen lassen? Scheinbar nicht. Ist aber schnell! Oh! Bin ich falsch? Achso, da vorne hin! Achso, okay, gut! Ja, sorry! Wo soll ich das denn wissen? Wir müssen hier einmal komplett... hier entlang... Dann lassen wir uns dann auch nochmal... ganz leicht perforieren. Aber ihr seht... das zieht nicht viel ab. Da sind ein paar Nadelstiche höchstens. Jetzt... So gestählert ist unser... Körper! Ah! Eine aus Fleisch geschaffene... schutzsichere Weste. Auch nicht schlecht. Aber sicher doch! Los! Boah! Das ist aber ein schwerer Schrank! Meine Güte! Das ist aber hier ganz klar... Echtholz gewesen! Keine billigen Spanplatten! So, komm her! Da! Hier lang! Immer weiter hinauf! Wir sind in der Strecke! Willkommen Sie? Ja... Testschuldigung! Wie ist das denn? Dann werden wir uns an den anderen. Ja! Hier? 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 So, da fühlt sich selbst ein Klott geschmeichelt. Und wir sehen, sie sind nicht auf Angriff aus. Sondern viel eher darauf, dass wir irgendwie hier rauskommen. Diese Gespenster, die bringen so das ein oder andere Rätsel mit sich. Wir wissen noch nicht so wirklich Bescheid. Sehen nur, dass hier scheinbar ein mäßiger Haus hat in der Kirche. Unfassbar! Ich hab da halt zu gemüllt. Da fehlt ja der ganze sakrale Flair hier oben. Oder ist das die Heimat von unserer guten Freundin? Womöglich? Ah, guck mal! Wenn ja, dann hat sie hier ihre wertvollsten Schätze vielleicht verborgen. Ein Wachmacher! Ja, manch einer nimmt Schlafmittel, sie nimmt Wachmacher auch nicht gut. Aufputschmittel. Sieh mal einer an. Ich hätte ja vorerst gewartet, bis die abgezogen sind. Weil so könnten sie ja wieder einen Anschein hier wecken, dass wir hier nochmal oben verweilen. Weil? Ja, schnell gehen wir. Hey! Gehen wir auf den Knochen. Gehen wir auf den Knochen. Guck mal. Da ist eine Knochen. Da ist eine Knochen. Klaude. Gehen wir. Was? Wie geht's? Ich bin ein Bodyguard. Ja, genau. Dann gehen wir auf den 7. Slam. Gehen wir auf den 7. Slam? Ja. 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 Hey. Taax ist eine cooling-sässige Software an an. Das ist ganz Jahr her Aber wir wollen sie ja auch nicht anzweifeln. Komm mal her, bevor du dich da gleich auflöst an der Wand, lass mal ganz schnell hier weitergehen. Milady. Boah, das ist auch hier ramponiert alles, ja? Wenn man sich hier kratzt an diesen rostigen Oberflächen, dann kriegt man auch noch einen Täternuss. Sind wir Gott sei Dank geimpft gegen. Kann uns also nix passieren. Das ist ein Grundeingriff einer jeden Soldatenausbildung. Nun ja, der Gang durch dieses Labyrinth bringt uns genug Zeit, dass wir uns mal unterhalten können. Das war die versprochenen Unterhaltung vom Anfang. Die ja recht grob unterbrochen wurde. Aber so geht's ja auch. Ich komm ja schon. Soll ich dich auffangen? Gar nicht nötig. Na. So, ich drück mal ein bisschen auf die Tube. Auch wenn wir natürlich auf sie warten müssen. Aber auch sie gibt alles. Das merkt man schon. Wo wollen wir denn jetzt lang? Hier erstmal, ne? Da vorne! Ach, guck mal. Ausnahmsweise mal eine Kiste nicht verpasst. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Wenn man die Bilanz sieht, ist das natürlich trotzdem noch kein Ritterschlag. Aber das ist schon mal ein guter erster Schritt. Auf das es zukünftig besser wird. Mit der Beute Rade. Na, jetzt müssen wir mal ganz schnell, ganz schnell eine Hälfte Hand zu ihr reichen. Und dann muss ich noch ein paar Hälfte sein. Ich denke, dass ich das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich nicht so leid. Ich liebe Slam, oder? Sie sind alle stark, stark, stark. Ich fühle mich das, dass ich mich sehr glücklich fühle. Hm. Naja, sie scheint sich ja angefreundet zu haben mit ihrem Schicksal. Und ich frag mich, warum dort hinten schon die Helikopter in der Luft schweben. Womöglich sind das die Truppen, die gerade versucht haben, Aerys hier zu entführen. Mag man mutmaßen. Aber Sicherheit gewährt das natürlich nicht. Wir gehen trotzdem einfach mal weiter. Unser Zielort scheint ja auch dort vorne lokalisiert zu sein. Aber vorher wird es nochmal richtig gefährlich. Ja, aber erst wenn du da vorne jetzt mal runtergegangen bist von der Stange. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich muss auch immer draufsteigen. Oh. Darauf hat sie es doch abgesehen gehabt, dass wir von hinten zugreifen. Das wolltest du doch, oder? Schön! Machen wir es ihr gleich. Und folgen dem Pfad weiter. Scheint ja noch ein gutes Stück zu sein. Willst du fliegen? Natürlich! Ich bin froh! Ich will nicht. Wenn du mit uns bist, bist du entdeckt. Du hast dich trömmert? Ich bin ein Knie. Lass uns das wieder! Gruppe beigetreten Ares Gainsborough. Und schon ändert sich auch komplett die Atmo hier. Und es wird gefährlich. Davon können wir ausgehen. Und diese Gefährlichkeit wollen wir natürlich eingehen. Ja, wir werden uns dieser Aufgabe stellen, aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Meine liebsten Freunde. Bis dahin könnt ihr mal schön kommentieren und liken und mir auf meinen sozialen Medien folgen. Das wäre wunderschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Passt bitte auf euch auf. Tut euch nicht weh und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht bei Final Fantasy 7. Also dann, bis dahin. Tschüss.